Sehr geehrter Herr Platter, ihr seid ja in der Sache vom Fussball sehr viel in der Welt unterwegs gewesen. Ihr habt verschiedene Mentalitäten, Länder und Kulturen gesehen. Was macht für euch die Schweiz aus? Also die Schweiz ist für mich mein Heimatland. Und ich bin ein totaler Schweizer. Ich bin zwar ein Oberballisser, aber ich habe in der Geschichte gelernt, dass wir eigentlich Schweizer sind, Ausserschweizer, wie man sagt. Und die Schweiz war für mich etwas Wichtiges in meinem ersten richtigen Beruf, den ich hatte. Also im Alter von zwölf Jahren habe ich angefangen in den Hotels zu arbeiten. Die Sommersaison in den Hotels in den Bergen, das ASB, die Zermatthöhne und Locarno. Und die Wichtigkeit bei mir war es im Tourismus. Ich war bei dem Ballissur Tourismus und dann haben wir zusammen mit der Schweizer Verkehrszentrale eine Präsentation gemacht im Ausland. In erster Linie sind wir nach Norden gegangen, in Deutschland, in Belgien, in Holland, wo wir Gäste haben wollten. Nicht nur für den Rest der Schweiz, es war immer so ein Konglamerat, das zusammengekommen ist. Und ich war dabei. Und da habe ich zuerst einmal die Schweiz verteidigt. Schweiz und Wallis. Und das hat mich auch markiert. Und ich habe dann auch noch eine Kultenschule gemacht. Militär habe ich auch noch gemacht. Also ich habe erfahren in meiner Tätigkeit, dass ein Schweizer und ein Schweizer Offizier, dass man den auch betrachtet, die neutrale Schweiz. Sollte die Schweiz neutral bleiben? Ja, aber Neutralität ist nicht etwas, was man spitze sein oder halb-halb sein kann. Ich vergleiche das jetzt mit einer Schwangerschaft. Man kann nicht eine spitze schwanger sein. Also Neutralität nicht eine spitze, man muss total sein. Und darum muss man mit dieser Initiative total dafür sein. Weil da wird eine spitze Neutralität, eine spitze weniger Neutralität. Aber Neutralität ist das, was die Schweiz früher bezeichnet hat. Wenn irgendwo ein internationales politisches Problem gewesen ist, oder ein kirchisches Problem, hat man die Schweiz aufgeboten. Hat man die Schweiz eingeladen als neutrale Nation. Und die Schweiz ist ja heute noch sauf erreur et omission. Da sind immer noch die amerikanischen Interessen, zum Beispiel in Thera. Da ist immer noch die Schweiz da. Und die Schweiz ist überall mitgerufen worden, was das Problem ist, kann man helfen. Und wenn man mich jetzt fragt, warum bist du jetzt da in dem Initiativ-Komitee dabei? Ja, da bin ich dabei, weil ich daran glaube an die Neutralität der Schweiz und weil ich das jahrelang gepredigt habe. Und ich predige ja das weiter. Und ich bin nur erstaunt, dass man immer noch ein Leid aufbieten und sagt, hey, tut doch die Initiativen, wollen wir schreiben, das ist ja einfach. Ihr habt ja schon andere Initiativen, wollen wir schreiben. Jetzt macht doch das auch. Waltet wir doch etwas in der Schweiz, was eigentlich schweizerisch ist. Was hat Neutralität mit Sport zu tun? Also da kann ich ein gutes Beispiel geben, Neutralität und Sport. Es ist uns gelungen, dass wir zwei Fussballmannschaften, eine aus Palästina und eine aus Israel, in einem internationalen Spiel in Rom zusammenbringen konnten, dass sie mit den anderen Fussball spielen konnten. Das ist das eine. Aber das ist noch weiter gegangen nachher. Wir haben nämlich die zwei Präsidenten vom Fussballverband, von Palästina und von Israel, hier in Zürich, im Kongress 2015, haben wir die zusammengebrungen und die haben dann an die Hand gehabt vor dem Kordas. Also Fussball verbindet. Der Sport kann eben Leute zusammenbringen, Sport in seiner Neutralität. Und das ist eine ganz gute Bewegung. Aber in der heutigen Zeit, in der man lebt, mit der Einfluss von links und von rechts, hat der Sport, der eigentlich Neutralität ist. Wer hätte die Olympische Spiele gegründet? Das ist mehr als 100 Jahre zurück jetzt. Und das ist Le Baron de Coubertin. hat das gesagt. Also ein Baron oder ein Graf aus Frankreich. Und er hat etwas gesagt. Rassemblez la jeunesse du monde. Bringen wir die Jugend der Welt zusammen. Im sportlichen Wettkampf. Aber er hat gesagt. Partiziper est plus important que gagner. Also mitmachen ist wichtiger als siegen. Also hat man doch im Sport, hat man alle geladen. Und hat gut geschaut, dass man siegt. Aber man hätte gesagt damals, es ist wichtiger, das mitmachen. Und die grosse Sportbewegung und die olympische Bewegung ist eben das geblieben, dass man mitmacht in erster Linie. Also warum sollte man diese Neutralitätsinitiative unterschreiben? Ich fordere, auffordere unsere Bevölkerung. Oder auch unsere Jugend. Dass sie daran denken, wie wichtig die Neutralität ist. Und dann unterschreiben doch die Bewegung. Damit wir diese Initiative mit den 100'000 Unterschriften da haben. Denn wenn wir diese Initiative haben, kommt ja die fürs Volk. Dann könnt ihr ja nachher selber entscheiden, ob sie wollen oder nicht. Jetzt nehmt doch ein bisschen Mut zusammen. Und nehmt doch ein bisschen Schweizerisch. Wir sind ja alle Schweizer. Also Aufruf. Macht doch das. Das kommt gut. Es geht darum. Was ist gar nicht schon so gut? No و learned noch. Sochi. обсichert sich das Kaas zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020